Yo, ey, wir rutschen hier übertrieben rum gerade, Kasper. Oh mein Gott, oh mein Gott, bitte. Ich will es überleben, ich will es nicht sterben, bitte. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott, wir sind hier in so einer Rutsche gelandet, wo wir mit Häusern runterrutschen. Oh nein, nicht mehr raus. Nein, ey, was? Ich bin auch... Ich bin direkt raus. Bist du auch auf dem Sitz gerade noch? Ja, ich bin auf dem Sitz und ich fliege immer noch. Ich fliege auch immer noch, aber ich glaube, ich... Alter. Nein. Oh nein. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Ich bin draufgegangen. Ich bin runter. Ey, aber was ist das für eine krasse Rampe? Ja genau, guck mal, wir können uns doch hier einfach so einen Stuhl nehmen oder sowas. Guck mal, da sitzt ich jetzt gerade drauf und fährt jetzt mit so einem Stuhl los. Noi, wie krass ist das denn? Und warte mal, ich guck mal ganz kurz was. Es gibt einfach auch noch einen McDonalds. Ja, ja, den werden wir uns auf jeden Fall auch noch gleich angucken. Guck mal hier, ich bin jetzt gerade in dem Ding drin. Guck mal mit rein hier in meine Lokomotive. Okay, okay, ich lasse mich hier mal hin. So, denkst du, wir werden es diesmal überleben mit diesem Lokomotivenhaus? Ich hoffe es, ich hoffe es. Also ich bin ein guter Ding. Also mit den Reifen und so, das sollte funktionieren. Oh, oben, es gibt so noch eine zweite Etage, da werden wir in dem Fall auch noch hinkommen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ey, das ist ja auch normal. Okay, glaubst du, das ist ein Trick, wie wir das jetzt hier überleben könnten? Kannst du das Ding irgendwie steuern oder so? Oh, okay. Oh mein Gott. Ey. Oh, oh. Nein. Das wird nicht gut ausgehen, Kaspar. Das wird nicht gut ausgehen. Ey. Ich will nur einmal überleben. Komm schon. Ich weiß, das Ding ist, wenn wir unten angucken. Nein, 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 nein. Ja. Oh. Wow. Nein, sitzt du noch? Ja, sitzt du noch. Nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Steige aus. Nein. Oh Gott, ey. Bist du auch weggeflogen, oder was? Ja. Mann. Komm, lass uns lieber einfach mal das normale Haus nehmen. Okay, okay, komm. Rein hier und jetzt? Wow. Und jetzt müssen wir uns hier vorne irgendwo hinsetzen. Was glaubst du, wo ist es am sichersten jetzt hier? Ich glaub, oben ist es am sichersten, oder? Denkst du, oben oder vielleicht in der Küche? Ey, es geht schon los. Oh nein, ich sitze hier oben richtig gut. Ehrlich? Oder? Ganz oben im Schlafzimmer. Ja, komm doch rein. Ey, du bist doch locker nicht sicher. Wow. Gehörst du ins Bett? Gehörst du? Oh Gott. Oh Gott. Was macht das? Oh Gott. Wir sind über ein anderes rübergepist. Ehrlich? Ich setze mich ganz schnell jetzt hier. Ich sitze auf dem Klo. Nein. Komm mit. Wo bist du? Wo bist du? Hä, wir sind... Oh, okay. Ach, wir sind doch gar nicht losgegangen. Wir gehen jetzt erst los. Hey, du bist in einem anderen, oder was? Nein, nein. Ich bin in demselben Haus, aber ich sitze unten auf der Toilette. Oh, es geht los. Oh, da kommt ein großes... Das schubst uns. Was? Ich sehe es. Alter, wie groß ist denn das Haus? Okay, pass auf. Ey, pass auf. Pass auf. Okay, ich bin direkt... Oh nein. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Es sieht echt gut aus. Wir kommen eigentlich ganz gut voran. Sehr gut aus. Wir dürfen dann auch nicht nach rechts und nach links. Oh Gott. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus, Kasper. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, jetzt sollten wir eigentlich rüberspringen können, ne? Yeah. Oh. Okay. Nein. Nein, oh mein Gott. Nein. Das schaffen wir. Steig aus. Oh nein. Ey, das kann doch nicht angehen, dass wir da auch noch rausfliegen. Komm, lass uns hier in das Haus reingehen. Ich glaube, das ist so das Beste. Okay, das sieht doch stabil aus. Genau, das ist dieses Standardhaus. Guck mal, da können wir uns auch so reinsetzen und sowas, ne? Oh, ich bin gespannt. Guck mal, das ist so geradeaus. Also, wenn wir da haltig gewinnen. Ja, wir könnten, guck mal. Was können wir? Wir können uns auch draußen oder oben hinsetzen. Siehst du das? Ah, oben drauf. Ja, ja. Das hätte man auch machen können. Okay, jetzt liegt das los der Platz. Äh, aber jetzt geht es erstmal los hier. Ich bin gespannt. Ey, ich bin es auch kapiert. Okay, jetzt gehen wir nach unten jetzt hier schnell mit dem Auto. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Let's go. Oh nein. Oh mein Gott, nein, der Boden. Oh mein Gott, der Boden ist direkt weg. Oh, oh. Okay, ne? Wir hätten uns oben hinsetzen sollen. Oh, oh. Oh Gott. Oh, nein. Oh Gott. Okay. Das mag ich ganz rund gar nicht. Das mag ich auch nicht. Oh, ja. Schon viel besser jetzt so. Oh nein. Jetzt liegen wir gut. Nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Rindere rechts. Nein, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ach Mann, ey. Wie fliege ich denn hier? Ey, was? Ich bin nur noch im Sitz drin. Ey, warte, ja, ich auch, aber jetzt bin ich tot. Ach Mann. Ehrlich, ich lebe noch. Hui. Lebst du noch? Wie, du schaffst es jetzt, oder was? Ich glaube, vielleicht schaffe ich es. Also, wenn ich jetzt nicht draufgehe, dann werde ich das, glaube ich, jetzt schaffen. Und wenn ich jetzt einen neuen Wind habe, dann können wir gleich das Haus zusammennehmen. Ja, okay, okay, das geht auch klar. Warte mal, hier. Schaffst du es jetzt, oder was? Ich rutsche gerade noch relativ langsam. Du bist auf einem Stuhl, ne? Ich bin nur auf so einer Plattform, nicht mehr auf einem Stuhl. Oh nein. Hab ich gewonnen? Komm her, mein Stuhl. Hab ich gewonnen? Du hast gewonnen, bist du schon wieder am Spawn? Ich bin... Ah, da respawn to spawn. Okay, ich glaube, ich soll jetzt eigentlich vielleicht dir... Lol, du hast es nicht geschafft, oder was? Ja, okay. Das heißt, ich bin jetzt hier schon mal... Ich habe jetzt schon mal ein, äh, da. Ein Win. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wo bist du? Warte mal, da vorne irgendwo? Hier, guck mal, wir können das Haus hier nehmen. Siehst du das? Welche ist das Gelbe, was du hier gerade gespornst hast? Das Gelbe, ja. Lass uns da reingehen. Mal gucken, wie das Haus hier agieren wird. So, wo wollen wir uns das hinstellen, hier? Jetzt hast du sagen, hier unten vor die Glotze. Guck mal, da läuft Sonic. Ja, okay. Vorsicht. Dann lass uns hin, das ist ein bisschen Fernseh gucken. Oh Gott. Das mag ich schon wieder gar nicht, ja. Es wackelt schon extrem. Ich sehe gar nicht, das ist gar kein Boden mehr jetzt schon, ne? Ja, ja, das ist... Da hast du noch Boden. Aber jetzt sollten wir es eigentlich schaffen mit dem Haus. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt auch gespannt, Kaspar. Oh Gott. Und die hat da so ein Meteor oder sowas daneben uns gehabt, gerade? Oh, nein, was? Bist du raus, Sirat? Ja. Ich sitze noch. Was? Ich bin hier alleine auf so einer Plattform drauf. Ich sitze noch. Ey, und ich fliege wieder rüber. Das kann doch nicht angehen, dass ich nur rüberfliege. Oh, nein, es fliegt vorbei. Nein. Oh, Mann, oh. So, wo bist du? Ich bin hier, ich bin hier. Oh, ich bin so ein Stuhl. Wir kommen am besten mit dem Stuhl hier so voran. Oh, warte mal. Oh, nein. Noch nicht reinsetzen. Noch nicht. Guckst du noch? Nein, Kaspar. Okay, pass auf, warte mal. Mein Stuhl kommt jetzt auch in fünf Sekunden. Und dann sollten wir eigentlich da zusammen unterdüßen. Ich kenne sich schon mal an, ob das hier ganz gut funktioniert, ne? Ja, ja, ich habe jetzt auch meinen Stuhl. Und ich setze mich jetzt auch rein. Okay. Glaubst du, wir sollten mit dem Stuhl das Ding überleben? Das hast du schon mal einen Wind bekommen. Ich könnte es mir vorstellen. Wow. Oh Gott. Ich könnte es mir noch nicht vorstellen. Wieso? Ich habe sogar keine Beine mehr. Was? Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Füße mehr, meine ich. Oh nein, ich bin gleich tot. Ich habe ein AP. Ein AP. Ehrlich? Nein. Und wo fliege ich hin? Was? Ich bin 100 Kilometer in die Luft geflogen. Ey, was? Ich habe auch da keine Beine mehr. Alter, dann wirst du auch gleich drauf gehen direkt. Oh mein Gott, ich habe noch ein AP. Ich habe noch ein AP. Ich habe noch ein AP. Ich habe nur noch ein AP. Ich bin tot. Du schaffst das. Ja, das war ja klar. Aber guck mal, ich habe hier gerade gesehen. Komm mal her, wo bist du? Ja, was ist denn da vorne? Hier gibt es so einen Bauwagen, so einen neuen Bauwagen. Lass den gleich mal nehmen vom Zug einfach. So einen Zugverkauf. Ja, das hatten wir glaube ich schon. Aber ich glaube, damit sollten wir am besten vorankommen. Das hatten wir schon. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Oder da saßen wir schon mal drin. Aber wir können uns hier ordentlich reinsetzen. Und ich glaube, mit dem Teil sollten wir es eigentlich schaffen. Oh, guck mal, jetzt kommt da so einer mit. Genau, das ist jetzt unser Bonus-Typ. Oh, Platz da. Aus dem Weg ist hier, kommt die Lokomotive. Siehst du das? Dieses krasse Feuerteil da an der Seite. Ja. Dieses Meteor, dieses brennende Haus hat der schon. Okay, das sieht auch krass aus. Vielleicht müsste auch unser Haus ein bisschen härter machen und so was. Ja, das könnte auch sein, ob das geht. Okay. Abflug. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Bis jetzt ist doch alles in Ordnung. Oh nein. Du darfst weil du nicht rechts oder links runterfahren. Oh, der Typ ist schon raus. Der Typ ist schon raus. Oh nein. Bitte nicht. Alles gut. Oh nein. Nein. Alles gut. Wir schaffen das. Alles ist gut, Kasper. Wir haben es fast geschafft. Ja. Wir haben es fast geschafft. Noch ein kleines Stück. Ja. Nein. Nicht dieser letzte Bouncer. Bitte nicht. Nicht dieser letzte. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh. Nein. Nein. Wir werden rechts rüberfliegen, oder? Nein. 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 Das glaube ich nicht. Das kann doch nicht eingehen, Alter. Hier. Warte. Warte. Wir haben einfach immer das Falsche ausgenommen. Wir müssen das hier nehmen. Guck mal. Oh ja. Okay. Komm rein da. So ein kleines Quadrathaus. Dann gehen wir in die zweite Etage. Jetzt suche ich lieber mal die erste. Ich setze mich hier unten mal hin. Ja. Oh Gott. Ist das so schlau? Oh Gott. Ich bin hier auf dem Stuhl. Das hat ja gar kein... Oh Gott. Ich liege. Ich liege. Du fließt ja gerade. Du bist auf dem Balkon. Ah. Hä? Nein. Hilfe. Hilfe. Was ist hier? Komm mit nicht. Okay. Jetzt hilft sich wieder. Wer ist denn das? Guck mal. Da ist eine Rückenpuppe neben uns. Ja. Stimmt. Irgendwie so eine Puppe. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt sagen. Kasper. Wir düsen jetzt mal mit dem Haus hier. Oh. Bitte diesmal. Oh. Weg da. Oh mein Gott. Wir haben schon so viel verloren. Ich habe nicht gesehen, wie es zercrashed wurde. Was? Ey. Wir verlieren gerade übertrieben viel schon. Ja. Ich sage dir. Du fliegst als erstes raus. Nein. Du. Nein. Och Mann. Ah. Mann. Alter. Boah. Guck mal hier. Alter. Okay. So kommen wir zu einer... Ich dachte gerade das ist eine Terrasse. Aber das ist keine Terrasse. Warte mal. Hier geht es hoch. Gehen wir auch hier hoch. Ja. Okay. Gehen wir die Leiter hoch. Kommt hier gar nicht mehr hoch. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin oben. Hier ist ein Kamin. Okay. Okay. Warte mal. Ohne Tür. Ich komme hier nach oben. Ich sitze. Ich sitze. Ich sitze nach Couch. Kommt nach oben. Ich bleibe hier unten lieber. Ich glaube hier unten ist safer. Okay. Okay. Wir können schon in andere Häuser rein, weil wir so ein großes Haus haben. Stau. Oh mein. Stau. Aber richtiger Stau. Ey. Wie geht es schon kaputt? Ey. Über die andere rüber. Nee. Okay. Nee. Bis jetzt ist noch alles ganz gut. Okay. Es sollte man eigentlich entspannt runtergehen können. Also das sieht ziemlich stabil aus. Also ich denke eigentlich, das kriegen wir hin. Hä? Wo fliegen wir hin direkt? Was ist das denn? Wir fliegen tausend Meter aus dem Ding raus. Was soll das denn? Okay. Bist du am Start? Komm. Wir nehmen mir diesen Schulbus. Ich kauf den mal. Oh, der sieht richtig cool aus. Oh, so Dinos und sowas. Okay, okay. Komm, komm, komm. Ich habe ihn gespawnt. Ich müsste jetzt. Ja, da ist ja. Alles einsteigen. Ah. Wow. Ich bin Busfahrer. Okay, okay. Ich sitze hinter dir. Ey, das ist ja richtig cool, der Bus. Warte mal, die coolen sitzen hinten. Bip, bip, bip. Bip. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Okay, ich gehe. Oh, oh. Oh, Wind. Ganz hier Wind. Du musst es so wieder in den Vorwärtsgang gehen. Ja, geht nicht. Es geht nicht. Ja, geht nicht. Oh, nein. Oh, mein Gott, nein. Oh, Gott. Oh. Oh. Alter. Oh. Wir bauen sie von anderen Häusern ab. Oh. Oh, mein Gott, das Dach. Unser Dach. Unser Dach. Oh, Gott. Das Gas war halt nicht gut fest. Oh, mein Gott. Ich hab nicht sehr gut fest. Ich bin angeschnallt. Ich weiß. Oh. Oh, mein Gott. Okay. Aber gut, aber gut für uns. Wir sind gut dabei jetzt gerade, ne? Ja, wir sind sehr, sehr gut dabei. Aber nicht mehr lange, nicht mehr lange. Nicht mehr doof abcraschen. Ja. Ja. Nein. Oh, nein. Ey. Ja. Ja, bitte. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Nein. Der fängt sich wieder, der fängt sich wieder. Der fängt sich, der fängt sich. Fliegen wir nix rüber? Nein, wir schaffen's. Oh. Okay, 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 okay. Jetzt ist die Frage, fahren wir jetzt entspannt ins Ziel rein und kriegen unseren ersten Win? Ich hoffe mal. Ich denke eigentlich ja, ne? Gut. Und? Oh. Ja. Oh mein Gott. Ist das hier das Ziel? Ja, ja, sieht so aus, ne? No, ich glaube, wir haben's geschafft. Alter, und jetzt? Guck mal, ich bin ganz bunt. Wie, du bist ganz bunt. Guck mal hier, ich mache mich jetzt gelb. Hier, bam. Ach so. Ich bin einer von den Zins. Hey, jetzt bin ich rot. Alter, okay, sehr gut. Also, wir haben's geschafft. Ja. Wir haben's viel. Du hast recht. Wollen wir noch mal eins machen, oder was? Ja, pass auf, wir brauchen jetzt hier, jetzt haben wir eigentlich einen Win bekommen, oder nicht? Ja, auf jeden. Aber hier steht ein Win. Aber warum haben wir denn kein Win jetzt gerade bekommen? Doch. Jetzt können wir die spawnen. Hä? Ja. Oh mein Gott. Ein Dixi-Klo. Was? Komm, setz dich hin. Neben mir ist ein Platz. Oh Gott, okay, okay, okay. Zusammen mit einem Dixi-Klo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist ja schon ganz gelb, oder sowas. Ja, du auch. Okay, dann. Mir ist schon ganz schlecht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie wir jetzt hier mit dem Ding wegfahren werden. Also, ich denke, das Teil... Haben wir da schon was verloren? Sag mal, du hast einen gekackter Grad. Nein, das warst du. Natürlich. Das war ich nicht. Denkst du, wir werden mit dem Ding hier überleben? Ich meine, das ist halt auch nur aus Holz, ne? Ja. Das ist nur aus Holz. Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Aus dem Weg jetzt hier. Oh nein. Oh mein Gott, nein. Aber so rum ist besser als andersrum. Ja, da hast recht. Oh nein. Oh nein. Oh oh. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, solange wir diese... Ah, BIN! Bitte nicht. Na, ey, was? Mann, ey. Das kann doch nicht angehen. Verdammt. Ey, Kaspar. Hier, oh, was geht ab, Proxo? Guck dir das mal alles an. Das sieht aus wie im Schwimmbad und es riecht auch so. Es riecht voll nach Chlor und so. Ey, warte mal, hier sind Rutschen. Zu denen können wir noch gar nicht. Weil wir müssten erst ein paar Runden gerutscht haben. Siehst du das? Fünf Runden. Ja, stimmt. Fünf Runden, 30 Runden. Okay, pass auf, pass auf. Wo können wir denn hier rutschen? Also, hier ist der grüne Pfeil. Guck mal. Oh, hier sind wir. Ah, stimmt, stimmt. Und hier ist, pass auf, hier ist der grüne Pfeil. Wir können jetzt hier, oh, inzwischen fünf Rutschen entscheiden. Oh mein Gott. Wow, hä? Sag mal. Oh mein Gott, nein. Nein, Kaspar. Was machen wir? Oh mein Gott, wir rutschen hier. Hey. Da war gerade alles voller Kacke. Ich hab's gesehen, das war ekelig. Das sah echt ekelig aus. Wo geht's jetzt hin? Hä, wir werden... Wo? Wo bist du auch hier? Hä, wir sind voll langsam, oder? Wow, ich bin voll schnell. Ich bin mega langsam. Ich geh gerade das Toilettensystem runter. Ähm... Wo bist du denn? Okay, wieso bin ich so langsam? Also, ich fall gerade das ganze Toilettensystem runter. Ich auch. Wow, ich fall die Map runter. Was? Hey. Bist du runtergefallen? Also, ich komm hier nicht mehr raus und bin in der Kanalisation gefangen. Ich bin einfach runtergefallen von der Map. Das ist doch unglaublich. Ich bin einfach... Da war so ein Loch in der Toilette drin. Und da hab ich einfach runter. Ja, ich bin auch runtergefallen. Ja, du bist doch einfach so eine Rutsche reingegangen. Ja, ich bin auf einmal weggezogen worden da eben. Ich weiß auch nicht, was da los war. Okay, lass mal ganz... Was ist das denn hier? Knopf? Wow! Du stehst da so. Hilfe! Wie so ein Surfer. Hilfe! Wow! Mach's gut, Boxso. Kaspar! Kann ich das auch? Kaspar! Ich komm hinterher! Wow! Ich bin direkt hinter dir. Ich darf noch nicht entscheiden. Ey, das ist total langsam. Dann nehm ich eine andere, wenn das... Nee, das ist eine andere Rutsche. Alter! Dann nehm ich das hier. Wow! So, hier, okay. Okay, ich bin ein bisschen schneller. Ich bin... Alter, ich fang ganz voll schnell! Wow! Wo bist du? Wo bist du? Ich komm nicht hoch! Hulig! Oh! Nein! Oh mein Gott! Ich häng fest! Oh mein Gott! Ich bin 200 kmh. Du siehst, wie schnell du bist. Wie schnell bist du? Ich bin... Jetzt bin ich gerade im Toiletten-System schon wieder. 250. Boah! Da hinten bist du! Du warst da hinten gerade! Wie? Ich war da hinten gerade? Ich bin in der Toilette drin. Ich hol dich noch ein! Ich hol dich noch ein! Wie soll das denn funktionieren? Ich hol dich noch ein! Da bist du! Hä? Ich hab die Zähne geholt sogar! Ich bin schneller als du! Wo bist du so schnell? 80. Oh mein Gott! Ich bin richtig, richtig schnell hier gerade! Wo bist du so schnell? Und weiter geht's hier! Nächste Kanalisation! Wuuuuh! Hä? Ich komm bei dir! Ach, ich fall schon wieder runter! Oh Mann, ich auch! Nein! Na gut, wir haben ja noch die anderen beiden Rutschen, die hier noch sind. Also wirklich, ne? Okay, okay. Wo? Welch? Also was ist das für Rutschen hier? Was ist das für ein Schwimmbad? Das heißt, hier bei denen kommt man sich noch mit einem Surfbrett... Oh, wir können auch hier Surfbrette wieder auswählen. Ja? Ich nehm das hier! Okay! Und? Oh Gott, Kaspar! Mach's gut! Oh Gott, Kaspar! Mach's gut! Pass auf dich auf! Ich teste sie für dich, okay? Okay! Die ist gar nicht schlimm! Du kannst sofort los runter schieben! Die ist gar nicht schlimm! Die ist schon in Ordnung! Ich mein... Warum? Warum? Ah, jetzt! Okay, ich bin auch oben! Ich bin auch auf dem Brett drauf! Er hat mir mein Brett geklaut! Oh mein Gott! 700, 800, 900.000 kmh! Was? Aber in den Tod! Aber Kaspar, er hat mir gerade mein Brett geklaut! 1.000 kmh in den Tod! Ich bin wieder oben, Brox, lass eine andere nehmen! Nee, ich muss wieder auch noch mal... Pass auf, ich fahr dir auch noch mal ganz kurz! Siehst du mich? Sonst komm zu Fuß! Ich rutsche mit! Ja! Lass mich rauf! Ja! Okay! Okay! Okay, ich halte dich fest! Ich halte dich fest! Oh mein Gott! Wow! Ich bin voll langsam! Wow! Kaspar! Hä? Oh mein Gott! Ich bin voll langsam! Ey! Ich halte dich fest jetzt hier oben! Du hast mich gebrennt! Ich bin voll schnell! Ah! 300! Oh mein Gott! 200! Hä? Warum bist du so schnell? Oh mein Gott! Wo ist schnell hier gerade? Ich bin so langsam! Ich bin hier 20 kmh wegen dir! Du hast mich die ganze Zeit gebremst! Ja, gar nicht wegen mir! Komm mal lieber unter hier! Das sind die Bände! Die halten dich auf! Guck mal hier! Wo bist du? Wow! Ich hab den Ball umgehauen! Was ist hier? Was ist hier von oben? Nee, ich bin jetzt hier im Kanalsystem... Hey, ich hab einen anderen Weg gerade genommen! Bist du? Aua! Bist du, Brox? Ich nehme gerade den harten Toilettenweg! Was ist denn hier? Hier sitzt einer! Ey, ich fall schon wieder runter! Du bist ein Typ! Ich bin schon wieder runtergefallen! Du guckst dich hier den Müller an! Ey, das ist doch unglaublich! Ich krieg doch nie die Runden nehmen, wenn ich die ganze runterfalle! Also wirklich! So, okay! Lass einfach hier... Komm mal, wo bist du? Warte, ich komme mal zu dir! Boah, hier sind voll verrückte Leute! Ich seh das hier gerade die ganze Zeit! Lass mich auch ohne Brett einfach rein! Komm mit! Weißt du was das... Ja, komm mal her, komm mal her! Weißt du was das Problem ist? Was? Wir müssten uns hier was kaufen! Ja, was denn? Hm, können wir uns hier irgendwas kaufen? So Wasserspielzeuge, so ein Ball oder sowas! Geht das? Äh... Okay, okay! Ey! Ich fall direkt durch den Boden! Ich auch! Das war wahrscheinlich das Ding, da war doch auch kein Brett, weil da anscheinend gerade gebaut wird! Okay, vielleicht doch nicht die Lieder in der Rutsche! Lass uns doch lieber die rote nehmen! Ja, lass uns lieber die rote nehmen! So, jetzt aber! Oh! Oh! Mann! Schon wieder? Du auch? Ja! Mann, das schwimmert, ist kaputt oder so! Lass uns mal sonst die gelbe ausprobieren zu Fuß! Das ging ja, glaube ich, eben! Okay, einmal probieren wir es noch hier! Die anderen sind anscheinend im Bearbeiten! Rettung und die auch! Okay, wir gehen zum neuen Park! Ey, yo, Kaspar! Steig mal in mein cooles Auto ein! Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht! Schnell, steig ein! Der will einsteigen! Oh mein Gott! Okay! Oh mein Gott, fahr los! Okay! Das Ding ist... Alter, wieso sieht das so krass aus? Das ist heftig, oder? Und wir können jetzt hier anscheinend so eine Zombie-Schleim-Rutsche... Ah! Wow! Wow! Ich kann es gar nicht kontrollieren, so schleimlich ist das hier gerade! Oh mein Gott! Alter! So eine krasse Rutsche! Wir haben ihn mal getroffen! Alter! Oh nein, wir haben nicht genug Speed! Wir haben nicht genug Speed! Och nein! Nein! Zweiter Versuch! Ich glaube, wir brauchen was Heftigeres! Ähm, wollen wir das hier nehmen? Oder was? Hier, das hier? Oder was? Komm, wir nehmen... Äh... Lass doch wieder was... Das Rote, oder? Wir machen Rennen! Wir machen Rennen, okay? Ich nehme das Teil hier! Na gut! Das ist auch eine Vereine Person! Bist du bereit? Drei, zwei, eins! Go! Wow! Ah, ich überschlag mich! Oh mein Gott, das Ding ist so schnell! Hilfe! Ich ligge auf dem Kopf! Wow! Alter, kannst du mal nicht ligge auf dem Kopf? Ich bin schräg! Ich bin schräg! Nein! Ich schaff's nicht! Ich schon! Du hast mal eingestiegen! Wow! Ich hab's nicht geschafft! Alter, hier sind grüne Bälle! Hier sind grüne Bälle! Kannst du da anhalten? Kannst du kurz rechts ranfahren? Ich würde sagen, ich bin drauf! Ich glaube nicht, dass ich gerade rechts ranfahren kann! Okay, dann muss ich mir hier noch was vor... Das Ding ist, du vergisst, dass der Boden aus Schleim besteht! Also, ich kann auch nicht bremsen! Ey, ich bin draufgegangen! Warte, komm rein hier, mein rotes Auto! Aber hier vorne ist auch so ein VIP-Bereich! Also, so ein VIP-Dingens! Stimmt's mit so einer Krone und so, ne? Das will ich ja auch nochmal sehen! Aber komm mal schnell rein hier! Ich komm rein hier! Und dies will ich es aber schaffen! So, Abflug! Mann, die nerven alle! Die nerven! Mann, die sollen abhauen! So, jetzt! Nicht überschlagen! Halt das Ding gerade! Halt das Ding noch gerade! Geht doch nicht, ist Schleim! Ach so, was ist auf dem Weg? Da ist jemand! Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, das war so knapp gerade! Ey, nö, du hast es nie gegessen oder so! Mann, hab ich gar nicht, du Lügner! Boah, das... Ey, Mann! Also, jetzt ist der Brock's Bus am Start! Und warte mal, ich steig mal ein hier, geht das? Kann ich denn hier ein? Ah! Aber wofür hab ich? Okay, nur die coolen Kinder sitzen hinten, ne? Ja, okay, ich fahre, bist du bereit? Setz dich hin! Ja, ich sitze hin! Alles einsteigen! Okay, kannst loslegen! Ich fahre los! Oh Gott! Oh Gott, fahr vorsichtig! Nein! Aber der fliegt! Nein! Nein, ich wollte noch hinten sitzen, nicht vorne! Das ist doch schon ganz schlecht! Da ist jemand! Jetzt sitzt du aber komplett vorne! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Was hast du gemacht? Der ist auf einmal die Spawn der Bus! Warum? Was ist jetzt hier dieser VIP-Bereich, frage ich mich gerade? Ähm, vielleicht solltest du dir den mal freikaufen oder so, vielleicht bringt das was! Aber wenn man was kaufen kann, also... Hier passiert halt nichts, ne? Na gut, dann komm her, ich hab hier die große Bestellung! Und weißt du, was hinten drin ist? LKW! Auto! Da ist das im Auto! Da ist ein Auto hinten im LKW drin! Kannst du hinten aufmachen? Ich bin... Ja, mach mal auf! Ich bin gerade auch das Ding draufgegangen! Weißt du, ob ich aufmachen kann? Das ist voll laggy hier bei mir! Mach auf! Geht nicht! Das geht nicht! Du musst hinten rangehen oder so! Ja, aber... Da ist hinten ein Auto drin! Du musst da irgendwie einsteigen oder sowas! Okay, warte mal! Geht das? Ne, ich darf die Autos nicht berühren, dann gehe ich drauf! Ah ja, okay, okay, also... Warte mal, dann fahr dich mal weg, damit ich auch einen haben kann! Oh! Hä? Ich bin gerade fast weggeflogen, ohne nichts! Ja, fahr dich nochmal jetzt mal weg! So, okay, ich steig ein! Warte mal, ich muss mich hier nur kurz hinsetzen! Einmal, er setzt sich grad nicht hin! Jetzt setzt sich doch mal hin hier! Fahr dich doch weg jetzt! Willst du dich nicht... Ey! Wirst du wohl... Halt dich fest! Okay, warte, setz dich doch mal hin! Ich muss... Hä? Oh, jetzt ist auch weg! Er ist weg! Die spawnt! Okay, ich spaw die nochmal neu! Okay! Das ist mein Teil! Ey! Geh weg! Geh weg! Das ist mein Fahrersitz! Geht nicht! Der Truck ist kaputt! So, wollen wir jetzt nochmal den LKW probieren oder die Hot Rods holen? Nein, die Hot Rods holen! Der LKW ist blöd! Okay, aber der will mir den hier schon klauen! Ich seh das schon! Ja, und warte mal! Okay, ich hab einen! Ja, okay! Und? Yeah, let's go! Wow! Oh mein Gott, du bist ruhig geschoben! Ich liege auch! Ich auch, mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich liege gut! Oder? Ich hoffe, ich liege gar nicht gut! Nein! Nein, ich schaff's nicht! Nein, ich seh dich! Wo fliegst du denn hin? Irgendwo ins Jenseit! Ich auch! Schau, ey! Ey, was hast du denn da für ein Boot, Möcker? Leon, steig auf! Steig auf! Wir fahren jetzt los und holen uns den Schatz! Okay, wir... Es geht los! Äh, ich kann nicht lenken! Wieso, du kannst nicht lenken? Du hast so ein Lenkrad vorne! Ich hab irgendwas falsch gemacht! Lenk nach links! Lenk nach links! Oh nein! Oh nein! Egal, ich sitz im Thron, ne? Kein Problem, ich bin hier, äh, gut dabei! Äh, oh nein, mein Boot! Mein Boot! Ich glaub, wir müssen ein besseres bauen! Mein Boot fällt aus... Bist du schon dabei, da vorne? Ne, wir bauen getrennte Boote, also wir machen, wer weiterkommt, ne? Wir machen getrennte Boote! Okay, also so ein Ding willst du also haben? Ah, klar! Das heißt, ich werde jetzt dir schon mal überlegen, ähm... Und... Ich bin ein Profi im Spiel, ne? Bist ein Profi, sagst du? Ich bin ehrlich ein Profi, ja! Nein, glaub ich dir nicht! Was ist denn das härteste Material, ne? Wahrscheinlich gerade den Stein, den du gebaut hast? Ne, ich baue hier mit Metall! Mit Metall? Ja! Okay! Bau ruhig mit Metall! Kein... Ah, man hat... Ich seh gerade, ich hab von den Sachen... Ne Materialanzahl! So, das heißt, hier hab ich auf jeden Fall ganz, ganz viel so Leute! Also jetzt wird hier... Jetzt wird hier was richtig krasses gebaut, Möke! Dann wirst du auf jeden Fall nicht klarkommen! Also, ich hab gehört, es soll am Ende eine Catnap-Schatzdroh geben! Hab ich gehört! Boah, das wär krass! War es da? Weiß er nicht! Das wär richtig krass! So, guck mal, ich baue jetzt hier... Nicht zu groß, ne? Aber auch nicht zu klein, weil wir müssen auf jeden Fall ja probieren, das richtige Boot halt hinzubauen, Leute! So, guck mal! Zack, zack, zack! Es muss halt ein gutes Boot sein, was halt den kompletten Trip überleben kann! So, hier nochmal! Warte, ich sag dir, ne? Mein Boot hat's in sich! Dein Boot ist ein Schmalspur-Boot! Gar kein Problem! Selbst mit einer absoluten Schmalspur wäre das auf jeden Fall extrem gut! Und dann geht's wieder weiter mit dem krassen Metall! Aha, du brauchst also so'n Ding, ne? Ja! Clever, clever, clever! Ja, ich weiß ja, dass es so clever ist, aber ich werde auf jeden Fall zumachen, dass du mich nicht angucken kannst! Wieso nicht? Guck mal, ich kann dich auch trollen, ne? Ja, guck mal, ba, 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 ba! Ey! Das ist jetzt dein Boot! Ich kann sie entfernen! Ich kann sie aber weg! Also, echt! Also, echt! Das werde ich mir auf jeden Fall merken! So, wir haben hier auf jeden Fall... Das Ding ist, ich kann ja auch, Leute, ich kann mir ja hier nochmal kurz ne Kiste zerschaulen, ne gewünschte Kiste mit Inhalten! Und dann kriege ich so krasse Inhalte. Guck mal hier, das kriege ich alles, so Tische und sowas. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. Das heißt hier, Möcker, wirst du sehen, ich komme gleich mit den krassesten Inhalten um die Ecke. Mit so einem krassen Sportsitz sogar. Ja. So, Sportsitz. Möchte nicht sagen, dass mein Boot cooler ist, aber... Nee, dein Boot ist nicht cooler. Sicher. Nee, ist nicht cooler. Was habe ich denn noch hier für Material? Ich habe gar nicht mehr so viele Materialien irgendwie. Ich auch nicht. So, guck mal, dann mache ich mal hier einmal. Ich glaube, es ist auch clever, wenn man das so macht, Leute. Und zwar hier das zweite Ding, Noah. Und jetzt hole ich den Special Block raus, der der krasseste Block im ganzen Spiel ist, glaube ich. Krasse Block im ganzen Spiel. Würde den mal sehen. Was ist denn für ein Special Block? Guck dir den an. Hä, was ist das für einer? Ja, das ist, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Jo, okay, Mister. Ich bin hier Captain Jack Hook Sparrow. Ich bin gespannt, wer weiterkommt. Also, ich komme auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich werde... Ich habe sogar vorne einen Diamantblock. Der wird wahrscheinlich dich richtig weghauen, ne? Ich brauche noch mal ein bisschen mehr Blöcke, glaube ich, Leute. Aber es sieht auf jeden Fall jetzt schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin gespannt, wer weiter von uns kommt. Bin ich ehrlich? Ja, ich bin auch erst ohne Witz, bin ich echt gespannt. Okay, ich muss einmal ganz kurz hier eine seltene Kiste öffnen. Oh, was kriege ich? Was kriege ich? Hä, du machst Kisten auf? Ich brauche meine Materialien. Ich habe gerade nichts mehr. Ich habe nicht so viel wie du. Unfair. Unfair. So, was ist das hier für ein Block? So ein Gelee-Block oder so? Okay, kein Problem. Wir machen hier dann Gelee hin, Leute. Der ist verbunden mit meinem Sitz irgendwie. Das ist wichtig, Leute. Und zwar ein solides Dach. So, guck mal, aber ein Dach, was nicht gerade ist, sondern ein Dach, was so richtig, wo du so denkst, okay, das wird niemals kaputt gehen. Zack, da noch ein paar Marmorblöcke hin, Leute. So, alter Schwede. Also, wer hier mein Boot kaputt machen sollte, das würde mich auf jeden Fall echt extrem wundern. Ich kann auf jeden Fall auch gleich nicht mehr rausgehen hier. Also, ich bin richtig, guck mal, das ist eine richtige Festung. Alter, dein Boot sieht voll cool aus. Ich weiß, ich weiß. Das ist auf jeden Fall solide gemacht. Jetzt wird es hier auch nochmal schön gehärtet. Außer mit Stein. Yo, willst du auch ein Licht? Das ist richtig hell dann. Ja, denkst du, es wird dunkel oder was? Guck mal. Wow, okay, cool. Also, Leon, ich sag so, wie es ist, ich werde weiterkommen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast einen Wunsch, denken. Okay, wenn ich weiterkomme, kriege ich 100 Robux von dir. Ja, gut, kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Aber hab keine Schiss von mir. Kein Schiss von mir. Nein, nein, ich habe keinen Schiss von dir. Wenn du möchtest, ich gebe dir eine Roomtour. Okay, pass auf, das will ich jetzt sehen, Leute. Aber ich glaube, ich... Ach, doch, ich komme hier noch raus. Alles gut, alles gut, alles gut. So, dann muss ich hier nur einmal... Oh, warte. So. Okay, dann zeig mal dein cooles Boot, Möckern. Lass mich jetzt mal sehen. Ja, warte. So. Oh, oh, ich muss dir da ganz kurz anderes bauen. Du kannst ja sehen, rechts ist der Eingang von meinem Boot. Okay, mit einer Tür. Wozu brauchen wir eine Tür? Komm rein. Du bist irgendwie krass im Boothaus, sehe ich gerade, ne? Jetzt bist du gefangen. Hey. Bist du gefangen? Okay, also... Oben ist noch... Wow. Ich gebe dir keine Roomtour, weil du so unkorrekt warst. Ich würde einfach sagen, wir sitzen uns jetzt beide rein hier in unsere Boote. Okay. Boote, Boote, Boote. Alter, das sieht so krass aus, ne? Bist du bereit, um loszusegeln? Ich mache Launch. Wow. Okay. Warte. Okay, warte. Activate. Activate. Ey, Leon. Ich habe dich haponiert. Du bist jetzt an mir dran. Wie hast du da haponiert? Ey, was machst du denn? Du kannst mich hier voll in die Steine rein. Kann ich das wieder wegmachen? Ey, auf. Leon, mach die Harpune weg. Leon. Ich habe mich selber abgeschossen. Okay, warte, ja. Leon, nein. Wie geht die Harpune denn weg? Ich weiß es nicht. Links klick auf die Harpune. So, ich habe weggemacht. Ich habe weggemacht. Alter. Alter, bleib mal bei mir. Fahr nicht so weit weg. Oh nein, ey. Ich kann gar nicht steuern. Ich habe vergessen, ein Lenkrad einzubauen. Ich auch nicht. Ich habe irgendwas kaputt gemacht bei mir. Ja, ja, ich auch. Fahr mir hinterher. Ich mache den Weg frei. Was ist das? Oh mein Gott, das war gar nicht gut. Ich liege auf der Seite. Das war meine Harpune. Wo bist du? Ich bin kurz ein bisschen nach vorne geschossen. Die Harpune ist nämlich echt krass. Okay, ich liege wieder normal. Ich liege wieder normal. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Mein Boot ist noch strong. Sagst du, es ist sehr, sehr stark gerade noch. Bei mir ist ein Koi-Fisch. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Kann man mit dem machen? Kann man die abschließen? Gar nichts passiert. Gar nichts. Ne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ey. Houston, we have a problem. Also wer weiterkommt, der bekommt 100 Robux. Ich habe mich gerade durch die Wand gebackt. Okay. Kein Problem. Ich weiß, der bekommt 100 Robux. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir? Alles heile noch bei dir. Als wäre nichts gewesen, Leute. Bei dir. Ich hätte gedacht, dass dein Boot nicht so stark wäre. Bin ich ehrlich? Ja, natürlich ist es stark. Ha. Ey. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich die Harpune gerade aktiviert. Ich will die aber nicht aktivieren. Was machst du denn da vorne? Houston. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Okay. Ich muss die Harpune loswerden. Oh nein, eine Kanone von mir ist kaputt. Ich muss die Harpune loswerden. Verdammt. Okay, ich bin die Harpune losgeworgen. Nein. Du bist richtig auf dem Dach, ey. Ich will nichts auf dem Dach. Aber du hast es schlau gebaut. Du kannst quasi mit deinem Boot 360 Grad fahren. Ich weiß, ich weiß. Ich nehme auch gerade alles mit, was geht. Alter. Und du kannst richtig im Kreis fahren. Oh, was ist denn? Hey, warum kannst du so krass im Kreis fahren mit deinem Boot? Alter, wo bin ich denn? Ja, mein Boot ist alle, alle. Okay, ich muss langsam linksen. Ich muss langsam wieder auf den Boden der Tatsachen, ne? Ich muss auf den Tatsachen des Bodens schnell wieder hin. Ich rette dich, ich rette dich. Oh. Aber wir sind schon bei der Hälfte. Wie du rettest dich. Ey, wir kommen beide echt weit. Ich habe gerade dieses Mineral vor dir weggeschossen. Was? Oh, schießt ihr alle weg vor mir. Schießt ihr alle weg. Guck jetzt. Okay. Oh, ich habe nicht getroffen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, du kriegst krassen Damage. Wieso kriege ich krassen Damage? Wir sind bei den Bienen. Ist das krass? Ah. Ah. Aua. Junge. Ich helfe dir. Alter, das ist auch fucking Schaden. Bro, mein Sitz ist kaputt. Diese Bienen-Dinger sind voll krass. Mein Sitz ist kaputt. Mein Boot wird kaputt gemacht. Alter. Ah. Ah. Junge, diese Bienen-Dinger. Ich nehme jedes Ding mit. Oh oh. Diese Bienen-Dinger haben meinen Hut abgeworfen. Junge, mein Boot hat es gerade halbiert. Ich nehme jedes Bienen-Ding mit. Ich bin genau da. Ich bin genau rechts. Ende war ich mir. Bro. Mein Dach ist weg. Bro, ich glaube, ich bin down. Mein Dach ist weg. Oh Gott, jetzt haben wir hier. Oh nein. Alter, jetzt ist ja noch eine krasse Krake. Oh, ich bin... Ich habe verloren. Oh mein Gott. Ich habe verloren. Ich muss jetzt nur weiterkommen als du. Tsunami. Bist du schon. Du bist weiter als ich jetzt. Okay, ich bin gerade über die Kraken rüber geflogen, weil gerade Tsunami kam. Oh, verdammt, Alter. Oh, verdammt. Das ist jetzt hier... Das ist jetzt wirklich... Komm schon. Ich bin noch am Leben, ne? Ich bin noch am Leben. Hier ist eine fette Krake gerade vor mir. Und Tsunami. Kannst du zugucken? Nee, leider nicht. Alter, ich bin... Ich bin leicht... Wenn ich jetzt leicht... Oh mein Gott, ich bin so gut wie down, Leute. Ich bin so gut wie down. Ich bin mein Krokodil. Ich bin mein vorletzten. Oh nein. Wo bin ich? Kannst du zugucken? Alter, ich bin... Ich bin hier auf ganz, ganz dünnem Eis. Mich greifen die Krokodile an. Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist ganz und gar nicht gut gerade. Ich bin draufgegangen. Nein. Nein. Aber du bist weitergekommen. Verdammt, Leute. Vielleicht beim nächsten Mal. Und 72 Gold habe ich bekommen. Und eine weitere Küste. Oh Mann, ey. Oh Gott. Oh Kaspar, wo bist du? Ich bin hier drüben Farbe Grün. Und du? Welche Farbe bist du? Ich bin Farbe Gelb. Ich schieße erst mal hier auf dein Boot drauf. Alter. Lässt du mir mal mein Boot in Ruhe? Bam. Auf gar keinen Fall jetzt hier. Ich kann mich sogar... Ey, lass uns zusammen auf den Roten gehen. Wow. Hä? Was schießt du da? Wieso schießt du so schnell damit rum? Wow. Alter. Wenn du dich traust. Aua, hat das mich gekehlt? Ja, sehr gut. Guck mal, ich schieße die ganzen Kanonen und so schieße ich weiter. Ey, dieser voll krass. Also anscheinend müssen wir jetzt hier gegen die anderen Boote kämpfen und der, der gewonnen hat, hat quasi das Heppste Boot oder was? Das letzte Boot, das noch steht, wird hier heute gewinnen, ne? Ich weiß gar nicht alles schießen soll am besten gerade. Oh Gott, der greift mich an, der ist in meinem Team, lol, der hilft mich. Oh mein Gott, ist gerade ein Boot zerfetzt worden. War man ja, man, die gehen alle auf mich, hab ich das zufüllen. Keiner geht auf dich. Keiner geht auf dich. Alter, ich schieße ein Boot übertrieben kaputt gerade. Warte, ich soll aufhören, okay. Ey, der hat meine Kanone kaputt gemacht. Ja, die nächste schieße ich jetzt auch noch kaputt. Wie jetzt? Nein, ey, die machen alle meine Kanonen kaputt. Ja, selbst schuld, ey. Gehen sie alle auf mich oder was? Das soll das denn? Ja, das passt davon, man selbst schuld ist das. Hä, ich hab, hast du auch irgendwie, äh, mir fehlt jetzt gerade eine Waffe oder so, ne? Oder kann man die nur alle? Ich werde dein Boot jetzt erst mal kommt. Jeder geht auf, du wirst angegriffen. Ey, ich werde voll angegriffen. Was soll denn das gerade? Er ist an Bord schon bei dir, das an Bord. Meuterei. Wo ist der? Unten im Keller. Hä, ich hab mein Arm verloren irgendwie. Meuterei, er kommt erst oben. Ich hab, ich hab, mir fehlt mein Arm oder sowas. Der hat mich jetzt geklaut. Warte, der Klau, ey, ich kann jetzt machen, mir fehlt ein Arm. Du musst das Schwert raus, du kannst ihn kaputt. Geht nicht, ich hab, warte mal, ich muss, ich muss ja, glaube ich, erst mal, ganz kurz ins Wasser springen. Mir wurde mein Arm abgeschossen, ja? Das war das Problem. Jetzt hab ich alle Waffen auch wieder. Ey, mein komplettes Boot wird zerstört von euch. Ja, und das wird auch gleich untergehen, hoffentlich. Ich schieße es auf deines Weiteres hier. Was soll das denn jetzt von euch? Das ist sofort zu Rütter. So, also, ey, da kommen wir mit dem Boot rüber. Kuh ihn dir an mit dem Boot. Warte, was soll ich schießen da? Pass auf, pass auf. Ich schieß da auch auf. Ich hab ihn auch geholt, ich hab ihn auch geholt. Ey, was ist denn jetzt? Ey, hier ist eine. Die soll in Kanto oder sowas? Wie, von deinem Kanto oder? Was macht ihr da? Zeig mal, die soll echt von deinem Kanto oder? Ey, ich krieg's nicht, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist mein Team, achso. Oh, alter, du Blindfisch, sag mal. Echt von Blindfisch, deinem Rechten, deinem Rechten, deinem Rechten, deinem Rechten. Pass auf, 3, 2, 1. Alter, mal, die Vulkan, voll was. Nein. Oh, bei dir war auch, bei dir auch. Bei mir auch, bei mir auch. Der ganze Mast ist hier eingeschrückt. Alter, okay, wann, weil ich muss das überleben, die kriegt man am besten jetzt hier. Ey, was, okay, mein Boot wird komplett zerstört. Wow, nein. Ey, da ist er auch, ja. Ey, ich hab einen Schutz. Ey, guck doch mal bitte, keiner geht auf den Blauen, der Blaue geht durch, geht auf mich. Stimmt, warte mal den Blauen schießen, lass ihn mal zusammen abschießen, komm hier. Ja, ja, ich schieße jetzt gerade mal den Blauen kaputt. So, erzähl ganz kurz die Kanone. Hier, wir müssen seine Kanonen kaputt schießen. Der hat noch beide Kanonen. Ich weiß, ich stehe auch noch auf so eine Kiste von dem. Oh, ja, ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut. Okay, warte, was kann man hier unten noch alles holen? Nächste Kanone, zack, schott. Ey, mein Ding ist schon so kaputt gegangen, aber was kann man mit der Kiste machen, ist halt die Frage. Ey, jetzt kommt der Runde zu mir angefahren. Schieß auf ihn schnell. Was kann man mit der Kiste machen? Aua. Der soll abhauen hier, weg mit dir. Der Blaue kommt gerade zu dir. Wow, oh Gott, ich muss jetzt ganz schön hier im Boot nehmen. Ey, ich hab irgendwer gekillt. Ja, ist der Blaue, Mann, hau abhauen, Mensch. Meuterei hier, oder was? Oh, der Rote, voll weggeballert. Ich stehe alles kaputt für meine Sachen. Okay, ich mach jetzt auch ganz kurz beim Boot dahin. Und jetzt? Ey, jetzt gehen sie alle auf mich. Ich mach Meuterei, jetzt beim Blauen mach ich jetzt. Meuterei beim Blauen. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, ich muss jetzt in mein Boot. Ey, die geht nicht auf mich. Ne, die gehen voll auf mein Boot die ganze Zeit. Ich müsste mal auf den Blauen gehen. Bam, ich hab den Roten geholt, das gerade. Nee, der Blaue, hier unten noch. Bist du der grüne? So, weg mit dem erstmal jetzt. Oh mein Gott, das rote Boot ist euch kaputt. Guck mal, oh mein Gott, das rote Boot. Das rote Boot. Oh mein Gott, du hast recht. Nein, 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 jetzt kommt der schon wieder angefahren, der Blaue. Jetzt kommt der zu meinem Boot. Jetzt ist auf ein Boot drauf. Was macht der denn jetzt? Der Blaue. Der soll von meinem Boot runtergehen. Jetzt schieße ich dir noch ab, jetzt schieße ich hier schön auf sein Blaues Boot. Bam, 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 ich schieße auch an die ganze Zeit auf den. Komm schon. So, hier drüben auf eine Rakete hin. Komm schon. Mann, die fliegt gut. Er geht nicht kaputt. Uuuuuh, der muss sich nicht mal abhauen. Der soll mein Boot in Ruhe lassen. Der soll mein Boot geklaut haben. Mein Grünes Boot. Nein. Was? Ah, der grünes Boot ist kaputt gegangen. Oh mein Gott. Ja, der ist mein Boot kaputt. Der ist geschossen, der blöde Mann, der kippt mich noch mal. Aber mein Boot ist noch eines Dinges. Der Blaue ist einfach so gut. Der geht auch nur auf mich. Der Blaue ist voll unfair. Oh Gott. Boom. Boom. Siehst du das? Wuh. Ja, boom. Was? Das grüne Team wurde eliminiert. Ich bin nicht. Was, du wurde es eliminiert? Wie ging das denn gerade? Ja, der hat ein Boot halt komplett. Mann, der soll mich in Ruhe lassen. Der ist voll. Ja, ich bin tot. Oh, jetzt kriegst du auch so eine RPG ab. Oh mein Gott, der wollte mein Boot kaputt machen von hier oben. Hä, das ist ja voll blöd jetzt. Ich kann gar nicht mehr gar nichts mehr machen von hier oben. Aua. Ey, der mich auch cool ist gerade der Blaue. Okay, jetzt muss ich irgendwie gucken. Wo ist der jetzt hin? Ich muss... Jawohl. Habe ich den? Jawohl. Ja, ich guck mal auf das Boot von dem Blauen. Ja, ja, wir müssen das blaue Boot zerstören am besten. Wir brauchen mal... Was? Du droppst eine Mega-Bombe? Das war's mit dir. Das ist die Schulter. Oh mein Gott. Yo. Boom, Junge. Das rote Team wurde eliminiert sogar jetzt gerade. Rote auch, Alter. Sag mal, ich sag dir das. Ey, was war denn jetzt gerade da? Was hast du denn für eine krasse Bombe auf ihn gedroppt? Ja, du kannst für 99 Euro, kannst du dir so eine Bombe kaufen? Das mache ich jetzt nochmal auf dich, ne? Ey, der holt mich schon wieder der Blaue. Mach den Blauen fertig, Kasper. Und drei, zwei, eins. Jawohl, komm schon. Was? In das Boot. Du hast ja mal die viele Teile da liegen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ey, nein. Alter, Kasper, jetzt müssen wir 20 Deathmatch machen, ne? Bedeutet... Oh mein Gott, Kasper? Oh mein Gott, hier ist... Die Boote gehen gar nicht kaputt, ne? Das Ding ist, wir müssen... Wir müssen uns anscheinend... Genau, die Boote gehen, glaube ich, nicht kaputt. Wir müssen uns anscheinend gegenseitig eliminieren. Aha, okay, okay, so funktioniert das also. Ja, hier komm schon. Wohl einer ist schon runtergefallen. Also, oben steht doch die ganzen Kills dann und wir müssen probieren, das am meisten Kills gegen die Gegner zu machen. Auf den, komm auf den Blauen jetzt. Auf den Blauen, auf den Blauen. Schnell schießt drauf. Schießt drauf. Jetzt, 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 die kommt. Nein, ich habe eine Gasse geschossen. Ja, das Merch. Oh mein Gott, was? Nummer eins, haben wir schon mal gekämpft. Stimmt, das ist echt ein Kill, gerade, sehe ich gerade. Ja, jetzt, die von... Wow, dein Mast. Alter, mein Mast. Ey, hört auf, auf meinen Mast zu schießen. Oh, im nächsten habe ich geholt, sehr gut. So, jetzt wird es auf jeden Fall jetzt hier, jetzt wird es Ärger geben. Guck mal, deinen Typen, deinen Grünen jetzt. Pass auf, guck auf deinen Grünen. Nein, hau ab, hau, ich sag mal, das glaube ich nicht. Da unten fährst du rum mit Glatze. Hihihihi, das klappt mir einfach. Ja, du wurdest geholt. Ja, Rot hat schon zwei Kills. Aber das glaube ich nicht. Ganz wichtig. Ganz wichtig gerade. Kommen wir jetzt noch auf einen. Zack, Alter, Rot hat drei Kills jetzt sogar schon. Hm, mega wichtig gerade. Ich komme. Jawohl. Ganz wichtig jetzt gerade. Oh, ne, fällt so ganz Wasser. Also, Ruder hat sogar jetzt schon vier Kills. Mann. Nein, 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 der ist gerade... Du bist ja rot. Ich bin rot. Ja, du bist rot. Oh, wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Ich muss ja nur gucken, dass er schnell genug schießt, glaube ich. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich muss hier mal ein bisschen auf dich schießen, ne? Du nervst da vorne mit deiner... Das sind gerade irgendwie alle im Wasser. Nee, 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 du triffst mich hier nicht. Du triffst mich auch nicht. Kein Problem, Kasper. Nee, 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 nee. Wow. Alter, was ist das knapp? Oh mein Gott, angeschossen, das Boot angeschossen. Ja, traust du dich auch näher an mich anzukommen, ne? Traust du dich näher ran, hä? Bam. Jetzt aber komm schon. Moiterei, Moiterei. Ja. Boom, jetzt aber. Nein. Jawohl. Und zählt das als Kill? Das zählt nicht als Kill, weil du ins Wasser gefallen bist. Ja, komm, Boot raus. Ja, selbst schon. Was? Okay, pass auf, jetzt muss ich mich... Ich muss es besser machen. Und zwar... Warte, das Ding jetzt hier. Wo bist du jetzt gerade, Kasper? Oh, der fliegt gut, der fliegt gut. Boom. Wo bist du jetzt gerade, hä? Ach, hier rum beim Blauen. Ach, da hinten. Hier mal ganz kurz ein paar Bomben. Ja. Wieso? Ein paar Bomben. Auf, auf. Ja, ja, ja. Kannst du mal sehen jetzt hier gerade. Ah, Mist, du. Oh, sehr gut. Ich habe gerade eine Bombe gedroppt. Ach, so funktioniert das, okay? Oh, nein. Okay, wo ist die anscheinend? Guck mal, der Blau hat auch noch null Kills, hä? Ja, der Blau hat null Kills, okay. Ich muss aber jetzt, glaube ich, hier schon mein Boot hier rausholen. Ja, 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 ja. Ich glaube, sonst anders macht man auch keine Kills hier. Oh, Junge. Oh, ich bleibe auf den. Ich bleibe auf den und. Oh, ich bin da so den Blauen gerade weggeholt gerade. Äh? Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, die gelben holen. Boom, hab ich sehr gut. Auf den Blauen. Meuterei. Auf den Blauen. Meuterei. schön auf die ist ja wohl schon bist du jetzt wird das geholt jetzt etwas geholt zurück auf hast du das gesehen einfach die mega bombe ausgepackt ich weiß ich habe einen profi engagiert und ich habe einen treffer gemacht ganz wichtig was ohne spaß ich muss das alles jawohl ich habe schon gerade wo bist du jetzt gerade in kaspar ich habe jetzt hier um ich fahre hier gerade um ja guck mal nach hinten ja 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 trau dich doch was ich soll mich trauen ich soll mich trauen kaspar ja 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 hau mal bloß ab da was willst du machen das war so heftig bist du gestorben ich bin gerade noch runter gesprungen der letzten sekunde auf den blauen jetzt jawohl auf den blauen auf den blauen auf den blauen okay rot hat sogar schon 14 eliminierung gerade blaues team wurde eliminiert was die sind komplett Schrott gegangen hau ab da mit deinen Schüssen ja pass auf jetzt hier nein komm schon nein der holt mich auf oh der gelbe wollte richtig einen 30er move machen ich habe ihn dabei ich habe den gelben geholt kaspar wo habt ihr jetzt mit dir geh weg pass auf kaspar ja du sagst selbst schuld dein kollege ist doch nur auf k hier den ich arrangiert habe pass auf kaspar attacke oh mein gott jetzt auf dich geschossen wurde oh die schießen alle auf mich ja ja pass auf oh oh da steht ein afk easy kill nein easy kill und bam hab die afk da geholt wir haben jetzt schon 17 kills gerade dein Boot zerstören habe ich das Gefühl ich muss dein Boot zerstören damit du nicht mehr respawnst oh nein nein ja hey oh mein gott die gelbe macht die ganze Zeit schaden hör auf oh mein gott dein ist so ein pro der springt immer auf das gelbe wurde eliminiert ja bamm nein von oben wir haben noch einen kill und hat einfach team rot gerade gewonnen mit einem kill was und den werde ich jetzt machen kaspar da ist er nämlich da ist er nämlich mega der auf dem grünen der auf dem grünen guck mal das rötlteam hat gewonnen yo kaspar was geht hallo guck mal was 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 ist da vorne hier dieser riesige lava floss oh mein gott und wir müssen da muss es dann zu Ende vom fluss kommen heute ich weiß aber nicht genau wo das ist Ey, das ist, glaube ich, richtig irgendwie crazy. Das ist so Halloween-Edition. Guck mal, da sind so Halloween-Häuser. Das ist ganz, ganz gruselig. So, dann lass mal ein Boot bauen. Oder sogar zwei, bitte. Lass jeder ein Boot, okay? Okay, pass auf. Dann, was sollen wir jetzt für ein Thema machen? Was ist unser erstes Boot? Was sollen wir machen? So ein kleines Ruderboot? Also, ich würde fast sagen, lass uns als erstes Thema ein Kürbis machen. Okay, ein Kürbis ist natürlich auch krass. So ein Kürbisboot. Dann lass uns mal hier die mehreren Blöcke abchecken. Ja, was gibt's denn hier? Ich habe hier nur Holz. Die Farben schwierig nehmen. Gut, während du da so rumguckst, fange ich hier einfach schon mal an zu bauen. Was nimmst du denn für ein Kürbis? Wie, was für ein Kürbis? Meinst du, was für ein Block oder was? Ja, was für ein Block nimmst du denn? Hä, irgendein einfach ist egal. Holz, die Farbe ist egal. Ja, okay, wenn die Farbe egal ist, ja gut, okay. Dann mach ich jetzt hier... Okay, okay, okay. Dann mach ich jetzt meinen Kürbis hin. Ja. Du wirst sehen. Ja. Ich mach den viel, viel cooleren Kürbis. Also, dein Kürbis wird ja wohl eher ein vergammelter Kürbis. Hallo, gar nicht, Alter. Dein Kürbis ist ein vergammelter Kürbis. Machst du direkt zu Auge. Der wird voll cool, mein Kürbis. Dein Kürbis wird wohl wahrscheinlich eher so eine Zucchini oder sowas. Du bist eine Zucchini. Du kannst es mir gar nicht ausbrechen. Dein Kopf ist eine Zucchini. Du kannst das gar nicht... Ja, danke. Das heißt, dass mein Kopf dünn ist. So. Vielen Dank dafür. Ja, zwar kein Kompliment. Du hast einen richtigen Kürbiskopf. Nö. Du bist ein richtiger Kürbiskopf. So, warte auf, jetzt mach ich hier schön. Pass auf, warte. Oh, ich hab nicht genug Münzen. Nein, was denn jetzt? Wieso? Oh, nö, ne? Was ist denn? Ich hab nicht genug Geld. Ah, ha, ha. Jetzt muss ich da was rauslöschen hier. Okay, warte mal, dann lösche ich die hier. So, das heißt, hier kommst du schön erstmal hin. Und dann... Warte mal, ich muss... Denk dran, dass du auf jeden Fall noch dir so einen Sitz kaufen musst. So, ey, ich hab nicht genug Münzen. Ja, ich hab's doch gesagt eben. So, ich mach jetzt ein bisschen weiter. Okay. Okay, ich auch, ja. Ey, du musst sehen, ich baue hier gleich das coolste Boot. Also, ich hab ein bisschen das Problem, ich hab hier so eine Anzeige rechts, die geht nicht mehr weg. Hast du das auch? Ja, die ist auch die ganze Zeit da. Aber ich will jetzt irgendwie nochmal den Sitz auswählen oder so, aber das geht gar nicht. Wie, das geht gar nicht? Naja, egal, egal. Achso, jetzt bin ich hier wieder. Okay, das passt. So, weil ich kann jetzt hier nämlich anfangen. Denk dran, dass du auch den Motor auswählen kannst, ne? Den Motor? Du musst alles bauen, einen Sitz, einen Motor, sonst fährt das Teil natürlich nicht. Ja, logischerweise. Das ist natürlich unsere erste Folge. So, das heißt hier... Ich hab jetzt hier schon, glaube ich... Ich mach jetzt hier alles, pass auf, alles hier ist voll. Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich brauch hier gar nicht mehr weiterbauen. Lass uns direkt loslegen. Wieso? Lass uns direkt loslegen. Mein Kürbis... Meinst du, ist eher so eine... Meinst du, ist eher eine Gary geworden? Er ist so eine Gary-Schnecke. Meinst du, ist eher eine Gary-Schnecke geworden? Warte, ich mach jetzt hier ganz kurz, ist alles voll und da mach ich jetzt hier leicht die Augen rein. Okay. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz hier oben. Ich brauche irgendwas Grünes, brauche ich halt. Ich brauche irgendwas Grünes. Dann mach ich das so. Das ist praktisch. Zack. Okay, also von mir aus können wir uns das angucken. Meinst du, ist aber halt echt eher so ein Gammel-Kürbis. Zeig mal. Ein Gammel-Kürbis? Wow. Ah, jetzt. Aber Alter. Warte, warte, warte. Der sieht krass aus. Aber ich... Was machst du da? Was machst du da? Ah, du färbst es ein? Wie geht das? Ach da, lol. Können wir ganz einfach einfärben. So. Okay, weißt du was? Ich würde sagen, lass uns losfahren. Ich würde auch sagen, lass uns losfahren. Mein Kürbis ist auch hier komplett orange jetzt hier. Ja, warte mal. Ich muss noch einmal ganz kurz eine Schraube anbringen. Ich habe nur gesehen, dass deine Schraube, deine Motorschraube, die ist ja ganz, ganz komisch angebracht. Ich weiß ja nicht, was dich da geritten hat. Wieso? Ja, was? Die ist ganz komisch angebracht. Hä? Die muss doch im Wasser sein. Ach so. Ach so. Ja. Du wolltest nur sagen. Aber egal, ich starte jetzt mein Boot rein. Zack. Nein. Los, du musst einsteigen. Steig ein. Wie denn? Steig ein, schnell. So, warte. Mein Kürbis, ich bin drauf. Ich bin drauf. Okay. Ey, du bist einfach so gestarrt. Ich bin fast gerade draufgegangen. Ja, selbst schuld. Ja, wenn du so lange brauchst. Ich sag's ja, ich will hier nicht zehn Jahre warten. Ey, meiner Flästigkeit. Oh mein Gott. Was ist denn das denn Ding? Ey, die Flotte. Der rappt mich. Das ist ein anderes Team. Aus dem Weg jetzt hier. Ich Türbis-Attacke. Ey, mein Ding ist, mein Ding fährt sich so blöde. Aber ich kann meins gar nicht lenken. Ich auch nicht. Meinst du halt auf die Seite gefallen? Das ist aber nicht so schlimm. Hast du den Ruder vergessen? Ey, wir sehen uns sogar hier oben. Den Fortschritt. Ja, ja, ja. Wir sind bisher am weitesten auf dem ganzen Server. Und am Ende ist Gold. Am Ende ist Gold für uns. Ja, okay. Ich bin mal gespannt. Oh nein. Das Ding ist, du machst alles schön frei vor mir. Ich weiß, die Lava wird auch immer, immer schneller. Sehr gut. Ey, das ist... Wird immer ein bisschen schneller. Höher oder schneller? Ja, ich glaube, die wird immer ein bisschen schneller. Die Lava wird schneller. Wie meinst du, dass die Lava schneller wird? Ich glaube, die Lava fließt von Stage zu Stage immer schneller, oder nicht? Aber wie meinst du, die fließt schneller? Oh Gott. Ja, dass man scheint, dass das Boot schneller wird dann. Ach so meinst du das. Ah, okay, okay. Habe ich jetzt gedacht. Ja, doch, könnte gut sein. Komme ich hier rein in die zweite Welt? Ja, ich komme hier easy rein. Ja, ich weiß so langsam, aber sicher. Mein Kürbis hat doch nicht mal was verloren. Wieso? Ja, meiner schon. Schon einiges. Soll er sein? Oh mein Gott. Meinst du, das ist auch nicht so ein richtiger Kürbis? Es ist direkt schneller, du hast recht. Ja, ja, ja. Aber ich kann trotzdem, obwohl der Motor kann mich noch anmachen? Ich weiß nicht, ob man den anschalten muss oder sowas. Auf jeden Fall. Achtung, Tisch im Weg. Ja, mach alles schön kaputt. Ich mach dir hier alles frei. Ich mach dir hier alles frei. Weil du hier direkt losgedrückt hast, ohne mir Bescheid zu geben. Ja, dein Kürbis sieht auch krass aus. Ich meine, guck dir mal an, wie meins aussieht. Meins sieht einfach aus wie so ein Kackhaufen. Guck mal, hinter mir. Guck mal, siehst du die zwei Blöcke hinter mir? Ja, das war von meinem Ding, oder nicht? Nein, das war ich da hingesetzt, aber ausgesehen. Ach so. Die wollte ich doch gerade wegmachen. Ach so. Aber ich komme mit meinem Kürbis gerade echt sehr, sehr gut voran. Ey, die haben schon die Hälfte, ne? Die Hälfte von diesen Klavapsos. Wir sind hier gerade auf dem Weg zu Reichtum, Kasper. Ganz viel Gold. Alter, ich habe aber Angst. Ich habe Angst, dass mein Bruder es gerade so nicht schafft, weil ich glaube... Wieso? Ja, guck mal. Jedes Mal, wenn ich was ramme, verliere ich Blöcke voll. Ich habe gerade... Alter, mega viel verloren hier vorne. Oh mein Gott, ich auch. Das ist die letzte Schicht. Ich schwebe schon in der Luft. Ehrlich? Nein. Ja. Mein Sitz schwebt schon. Ja, mach alles weg. Nein, jetzt die Schokolade, der Endgegner. Mach alles weg. Oh mein Gott. Das Ding ist fast komplett kaputt. Ich sag dir, mein Kürbis wird das Ganze überleben. Mit Kürbis-Power. Niemals. Doch. Nein, au. Oh mein Gott. Wo bist du? Ich bin runtergefallen und jetzt bin ich hier in meinem Boot. Hä? Siehst du mich? Oh ja, ich sehe dich. Oh mein Gott. Der Sitz ist gerade abgehauen. Ey, das wirst du nicht überleben. Niemals. Nein. Au. Au. Was ist denn? Was ist denn? Oh. Ich gehe jetzt oben rauf. Das wird jetzt die Blöde hier. Oh mein Gott. Oh nein, nein. Guck mal bei mir. Guck mal bei mir. Guck mal bei mir. Oh. Oh mein Gott. Hardcore getroffen. Nein, die Kristalle. Hilfe. Die Kristalle. Hilfe. Hilfe. Du bist auf die Seite gekommen. Ich bin schiffbrüchig. Ja. Oh ja. Warte. Ey, ich spring zu dir rüber, Bro. Komm. Ich gebe mein Schiff auf. Das schaffst du nicht. Nein, nein, nein. Guck mal bei mir. Nein, nein. Hey. Ja. Nein. Nein. Oh, du hast auch ein Glück, ne? Du hast auch ein Glück. Unglaublich. Streif das, streif das, streif das. Nein. Oh Mann. Hilfe. Jetzt kriege ich die Kristalle ab. Ich schaffe es, zu dir rüber zu springen. Nein, schaffst du nicht. Mach nicht. Mach nicht. Warte mal, hier sind jetzt ein fetter Stein. Vielleicht bleib ich hier kurz hängen. Ja. Bleibst du hängen? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Nein, das werden wir nicht mehr hängen. Oh nein. Das werden wir nicht mehr hängen. Oh Gott, der war smooth. Der war smooth. Ey. Mein Kürbel wird aufgegessen fast. Alter. Alles ist gut. Wir müssen hier immer schön ausweichen. Ausweichen. Oh. Oh mein Gott. Der Kürbel ist. Alter, wir sind fast am. Was machst du? Oh mein Gott. Bist du das? Du bist doch lebensmüde. Du bist ganz krank. Du bist ganz krank. Hey. Oh mein Gott. Rette sich verkannt. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Nein. Was machen wir jetzt? Wollen wir warten, bis ein anderer kommt? Nee, die sind so weit weg jetzt gerade. Au. Hä? Du bist draufgegangen. Bist du draufgegangen? Hey, guck mal. Ich kann einfach so weiter hier auf dem Lava. Oh, doch nicht. Ich würde sagen, lass uns direkt was nächstes bauen. Und zwar ein Speedboat. Okay. Okay, ein Speedboat ist einfach nicht schlecht. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder. Aber wir können auch auf Launchboot. was Dingeln möchte. Ja, ja, genau. Dann geht es einfach los. Aber Holz war nicht schlecht. Aber Holz. Ich weiß nicht, ob Holz so gut war. Nee, nee. Ich weiß nicht, ob Holz so gut war. Holz war echt, ging sehr, sehr schnell geputzt. TNT? Booster? Was? Was gibt es hier alles? Rocket? Hä? Lol. Ganz unten, ganz unten, dieses Besondere heißt das. So, passt auf, hier war es hier richtig cool. Mein Boot. Ja, hier alles ran. Ich glaube, ich nehme mal. Ich verclick mich immer. So. Haben wir schon mal das Ding jetzt hier? Jetzt kommt erst mal ein schöner Sitz jetzt hier. Auch Doppelsitz, falls du dich hinsetzen willst mit mir? Gerne. Oh, gut. Gerne, gerne, gerne. Jetzt hier schön hinten die Dinger hinmachen. Das heißt, das Ding hat einen ordentlichen Motor. Denk dann, dass du auch Booster und sowas nimmst. Auch schön Booster. Ist das bei besonders? Ah, ja. Booster. Okay. Ah, warte, dann habe ich nur gute Idee. Ich meinte mich auch noch mal ganz soziere Steinblöcke ran. Ja, Steinblöcke, ich würde wirklich das ganze Geld aufbrauchen, weil das ist wirklich das, wo du am spätesten safe bist dann am Ende, ne? So, ja, du wirst sehen, meins wird gleich richtig gut werden. Ich bin fertig, ich bin fertig. Du bist fertig, du bist fertig, warte. Oh, kalt, sehr krank geworden. Guck mal hinten, die Booster. Boah, das ist mal, da rede ich von Speed. Ah, das ist auf jeden Fall, dann setze ich hier ein auf jeden Fall. Setze ich rein in deins. Alter, warte noch, warte noch, guck doch meins an. Guck mal, was ich habe hier hinten. Siehst du das? Wieso, was hast du? Ich habe hier auch alles voller Booster hier an der einen Seite und hier ein Rettungsboot. Ja. Ah. Ein Rettungsboot hinten. Weißt du, wenn ich auf einmal merke, ich muss abhauen, habe ich ein Rettungsboot. Okay, das ist natürlich clever, aber ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Okay, dann bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin bereit. Drei. Hau raus. Zwei, eins, go. Oh mein Gott. Oh. Ich kann lenken. Wie, du kannst lenken? Oh mein Gott, ich kann auch lenken. Wow, weg da, hau mal ab da. Lass das, lass das. Hör auf. Lass das, ich wusste, wer das mal lenken kann. Ja, jetzt wegen dem Boostern. Oh mein Gott. Oha. Ich war mit meinem falschen, mein Rettungsboot. Hau rein, hau rein. Ey, die können ja den Sachen ausweichen. Ja, stimmt. Oh nein. Oh nein. Oh oh. Oh nein. Mein Boot. Nein. Mein Rettungsboot. Alter, super. Egal, das macht jetzt immerhin den Weg frei. Das macht jetzt den Weg frei. Hä, und wie kann man jetzt solche Booster aktivieren? Oder sind die gerade schon? Ich glaube, die sind automatisch aktiviert, ja. Oh oh. Oh, ausgewichen. Okay, jetzt bin ich richtig rum. Okay, so. Rettungsboot, mach mal bloß den Weg für uns frei nach vorne. Ja, das macht dann richtig alles frei jetzt hier. Du recht. Ey, das war das Baitboot. Ich hatte das coolste Boot. Oh. Hör bitte auf hier zu rammen, ne? Das macht keinen Sinn. Wieso nicht? Das macht Spaß. Ich sag's, das macht keinen Sinn. So, weg mit dir. Hier ist klar, dass es jetzt schneller wird, ne? Oh Gott. Nach rechts rüber. Oh oh. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach hier den Weg. Du hast halt seitliche Booster, ne? Ja, ja. Das ist voll krass. Ich kann damit voll krass rumpesen. Okay, dann gib mal ein bisschen Gummi. Oh ja. Guck mal, wie dein Rettungsboot alles frei macht. Ey, das steht aber noch ziemlich gut, das Rettungsboot. Ey, das sieht echt ganz gut aus, würde ich sagen. Ey, ich hätte meinen Sitz nach hinten machen sollen, nicht nach vorne. Ja, das war voll blöd von dir. So, jetzt hier schön vorbeigehen. Vorsichtig. Kann ich mal zeigen, wie ein Profi hier ausweicht? So. Ja, kann ich auch. Guck mal hier. Ich kann hier einfach easy rechts. Ja, guck mal, wie ich das kann. Ja, guck mal, jetzt kann ich das. Ich kann jetzt nach ganz links rüber. Ich kann nach ganz links rüber. Siehst du? Ja, und? Das kann ich auch. Muss ich nur drehen dann. Ja, ich bin hier richtiger Profi. Ich muss hier immer nur rechts links ausweichen jetzt. Du musst voll schwer immer die ganze Zeit lenken. Nee, nee, nee. Ich kann hier entspannt. Oh mein Rettungsboot ist Schrott. Oh nein. Oh nein. Weiß auf, diese Teile sind richtig fies, ne? Ich berühre davon gar nichts. Ich werde jetzt einfach mal bis zum Ziel kommen. Oh mein Gott. Ich wurde schon getroffen vorne. Ich noch nicht. Ich wurde getroffen. Aber ich bin auch vor dir. Ich bin auch vor dir. Ich weiß, ich weiß. Also ich werde länger überleben als du. Nee, 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 nee. Kommt gar nicht in die Tüte, Freundchen. Oh nein, 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 nein. Und jetzt seid wir ins Manöver. Seid wir ins Manöver. Was machst du? Was machst du? Wow. Was machst du? Was hast du gemacht? Auf einmal peaced das Ding los. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, was los war. Ich bin nicht Herr meiner Sinne. Hast du irgendwie geboostet auf einmal? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Bist du geboostet? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie aktivierst du das? Mein Boot ist fast schrott. Alter, mein Boot ist fast. Oh nein. Ja. Aua. Ja, komm, mach alles frei für mich. Nein, 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 nein. Du musst mich bei dir nicht mitnehmen. Ich mache hier den Weg noch frei für dich. Komm mal bitte näher ran. Komm näher ran. Okay, okay, okay. Ich komme ein bisschen näher ran. Lass mich rüberspringen. Wir opfern hier mein Boot. Okay, wir opfern dein Boot. Oh, oh. Oh, jetzt auch noch mal hier. Oh, oh. Oh, ich bin dick. Oh. Ey, jetzt wurde ich auch voll getroffen ein bisschen. Oh Gott, okay, ich setze mich hin. Alter. Ey, was hast du gemacht? Ich kann die aktivieren, die Booster. Nicht aktivieren. Oh mein Gott. Ich kann die aktivieren. Stopp das. Okay, okay, ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört. Stopp das. Ey. Oh mein Gott, ich habe die... Ich mache ihn aus. Ich mache ihn aus. Ey, was hast du gemacht, ey? Wieso? Ich fahre noch. Hilfe. Ich fahre noch. Ich bin tot. Nein, komm doch her. Was ist los? Ja, komm. Oh mein Gott, ich habe einen AP. Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben, dass das jetzt gerade passt. Ja, das ist der letzte Booster. Das ist der letzte Booster. Das glaube ich nicht, dass du das mal lebt hast. Ah, wa? Was machst du? Hör doch auf, du. Was machst du? Ey, wir waren so weit vorm Gold. Ey, weil du die Booster aktiviert hast, Alter. Ich hätte das alles kontrollieren können. Ich sitze doch. Das war deine Schuld. Deine Schuld jetzt. Nein. Ja, auch drauf, ich wusste es. Mann, ey. Das soll es gewesen sein. Wenn du noch mehr so möchtest, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.